Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 7. Januar. Heute haben wir dabei Facebook, TikTok, Twitter, AD und ZDF. Vorneweg erstmal frohes Neues, erster Geek Talk Daily im neuen Jahr. Es hat ein bisschen gedauert, weil es ist, wie so oft, Anfang des Jahres nicht viel Interessantes richtig passiert. Wir hatten auch in der großen News-Folge ein paar Probleme mit Neuigkeiten. Aber da können wir ja auch gerne mal eine Runde quatschen. Hier geht es ja eher um die Fakten und daher beginnen wir einfach mal mit Facebook. Denn dort stehen Neuigkeiten für Facebook-Seiten an. Die werden praktisch halt mehr oder weniger neu designt. Und die größte Änderung ist eigentlich, dass der Like-Button verschwindet, beziehungsweise halt der Like auch nicht mehr im Fokus steht. Sprich, damit will Facebook entgegenwirken, dass viele Leute auch aus Freundlichkeit, Bekannten und Arbeitgebern über einfach mal ein Like gedrückt haben für eine Facebook-Seite, aber gar keine Updates von der Seite bekommen, der also nicht folgen. Und deswegen wird jetzt halt rübergeschiftet mit dem Fokus auf Follower einer Seite. Und wenn man sich die neue Facebook-Seite ansieht, dann sieht das schon so ein bisschen eher so aus mit Followern und Following wie bei Instagram. Und dann gibt es natürlich noch diverse andere Änderungen, die im Detail natürlich in dem Link in den Shownotes drinstehen. Da könnt ihr euch nochmal komplett informieren, wenn ihr eine Facebook-Seite betreibt. Vorneweg, das Update wird ausgerollt über die nächsten Monate, aber es kommt auf jeden Fall und von daher könnt ihr gespannt sein. Nächstes Thema, TikTok. Die haben jetzt nach Snapchat als nächstes soziales Netzwerk einen Effekt mit einem LiDAR-Sensor rausgebracht. Oder besser gesagt, der einen LiDAR-Sensor benutzt, den es ja zurzeit nur beim iPhone 12 Pro und beim iPhone 12 Pro Max gibt. Und LiDAR, das bedeutet Light Detection and Ranging, das misst ja mit Licht den Raum in Anführungsstrichen aus und ermöglicht da ganz tolle AR-Effekte. Und in dem TikTok-Effekt kommt halt so ein Disco-Ball oder so ein Ball, wie er es an Silvester am Times Square in New York runterkommt, platzt, dann ist ganz viel Konfetti und steht ein 2021 in der Luft. Und das Konfetti bleibt beispielsweise auf den Armen einer Person, die unter dem Ball steht, liegen. Und wenn die weggeht, fällt es halt erst weiter runter. Das ist das, was so ein LiDAR-Scanner ermöglicht. Wenn ihr entsprechend ein Gerät habt und TikTok nutzt, könnt ihr es ja mal ausprobieren. Und nächstes Thema, Twitter. Die haben jetzt die Kreativagentur Ueno mehr oder weniger akquiriert. Ueno ist eine Full-Service-Kreativagentur. Die hat bereits mit Twitter schon eng zusammengearbeitet und die ist jetzt einfach in-house gebracht worden. Also man hat die Agentur gekauft und die Leute sitzen jetzt bei Twitter und arbeiten mit denen, würde ich mal sagen. Ja, und wahrscheinlich dann exklusiv. Vorab hat natürlich Ueno in den letzten Jahren auch schon viele Projekte für andere Kunden gemacht, logischerweise als Full-Service-Agentur. Da wären dann zum Beispiel Google, Facebook, Uber, ESPN, Apple, Slack und eine ganze Menge anderer Startups. Ja, schauen wir mal, was das Twitter jetzt dann bringt. Letztes Thema für heute. ARD und ZDF vergrößern ihre Angebote an Lerninhalten. Das hat ja die britische BBC auch schon gemacht, nachdem ja der Lockdown auch dort wie auch hier weitergeführt wird und eventuell Schulen zugemacht werden oder nicht mehr aufrechterhalten werden können, das Lernprogramm wie vorher. Und dementsprechend gibt es da jetzt neue Möglichkeiten. Der Bildungskanal von ARD, der heißt ARD Alpha und der sendet jetzt unter dem Titel Schule daheim ab nächsten Montag werktags zwischen 9 und 12 Uhr Lernformate für verschiedene Schularten und Fächergruppen. Dann gibt es natürlich auch noch den Kinderkanal, den Kika, gemeinsames Projekt von ARD und ZDF. Da soll es dann auch für insgesamt drei Wochen Sonderprogrammierungen geben. Und das ZDF hat unter dem Titel Terra X plus Schule in der ZDF Mediathek und auf YouTube auch neuen Content eingestellt. Also wer lernen will, kann das auf jeden Fall tun. Und das war es dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in den Donnerstag. Ich habe gemerkt, ganz viele hatten bis gestern Urlaub, weil ja auch Feiertag zum Beispiel auch war. In ein paar Jahren, glaube ich, war er auf jeden Fall. In Nordrhein-Westfalen nicht. Also von daher, wenn es euer erster Arbeitstag ist, kommt gut rein. Ansonsten, die Woche ist ja nur noch kurz. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.